ZISTUS INCANUS ZISTUS INCANUS In den letzten Jahren sind vor allem Medizin und Ernährungswissenschaften auf das Kraut aufmerksam geworden, so zum Beispiel Frau Dr. Finzel, Lehrende an der Universität Hamburg und Autorin eines Buches über ZISTUS INCANUS. ZISTUS INCANUS ZISTUS INCANUS Das Geheimnis des Erfolgs von ZISTUS INCANUS sind also die sogenannten Polyphenole. Polyphenole. Darunter versteht man sekundäre Pflanzenstoffe, die in fast allen Gewächsen in unterschiedlicher Konzentration vorkommen. Zum Beispiel sind sie für die Blütenfarbe und das Geruchs- und Geschmacksaroma von Blumen und Sträuchern verantwortlich. Für das Überleben der Pflanze sind sie darum von enormer Bedeutung, denn auf der einen Seite bieten sie Schutz vor Fraßfeinden, auf der anderen Seite locken sie über Farbe und Geruch Insekten für die Bestäubung an. Doch welchen Einfluss haben Polyphenole auf den Menschen? Mediziner Falk Goddard, Arzt und ebenfalls Buchautor, erklärt dies so. Polyphenole sind hochwirksame Antioxidantien. Durch Umweltbelastungen wie zum Beispiel Strahlung, Medikamente, Giftstoffe entstehen im Körper sogenannte freie Radikale. Diese freien Radikale können Körperzellen angreifen und tragen so zur Entstehung von Krankheiten und zur vorzeitigen Alterung bei. Die Polyphenole können diese freien Radikale unschädlich machen und sind deshalb so wichtig für uns. Einige Wissenschaftler bezeichnen die Polyphenole sogar als die Vitamine des 21. Jahrhunderts. Mittlerweile ist die Wissenschaft schon ein ganzes Stück weiter gekommen. So erreichte mich kürzlich eine Pressemitteilung des Deutschen Depeschen-Dienstes, wo ein wissenschaftlicher Mitarbeiter des Löffler-Institutes die Wirkungsweise von Polyphenolen aus Zystosinkanus erklärte, mit einem wunderschönen Beispiel, nämlich man kann es sich so vorstellen, als würde man einen Schlüssel mit einem Tesafilm ummanteln und dieser Schlüssel passt nicht mehr in ein Schlüsselloch. Auf den menschlichen Organismus übertragen bedeutet dies, dass die Polyphenole eine zum Beispiel Virus ummanteln und dieser nicht mehr in die Wirtszelle eindringen kann. Polyphenole stärken das Immunsystem des Menschen. Sie sind der Grund, warum zum Beispiel der gemäßigte Genuss von Rotwein erwiesenermaßen gesundheitsförderlich wirkt, denn auch er enthält Polyphenole. Den höchsten Polyphenolgehalt weist aber Zystosinkanus auf. Die Heimat des Zystosinkanus ist der europäische Mittelmeerraum. An trockenen, kargen Hängen trotzen die ausschließlich wild wachsenden Sträucher allen widrigen Umständen und werden dort zwischen April und Juni geerntet. Getrocknet, gesäubert, geschnitten und verpackt gelangt ein Teil des Pflanzenschnitts als Teekraut auf den Markt, der nicht nur gut schmeckt, sondern gleichzeitig Mund- und Rachenraum pflegt. Darüber hinaus machen Extraktionsverfahren die Bündelung der bioaktiven Bestandteile des Zystosinkanus möglich. In Kapseln können seine zentralen Inhaltsstoffe so in konzentrierter Dosis eingenommen werden. In welcher Form auch immer, als Nahrungsergänzung entfaltet Zystosinkanus in jedem Fall seinen positiven Einfluss auf die körpereigene Immunabwehr und wenn diese gut funktioniert, ist dies die beste Vorsorge vor Krankheitserregern, wie zum Beispiel Viren und Bakterien. Zystosinkanus zeigt sich somit als gesundheitsförderliches Allround-Talent, das in seinem positiven Einfluss auf Körper und Wohlbefinden nicht unterschätzt werden darf. Sein hoher Polyphenol-Gehalt macht ihn zu einem wertvollen Lebensmittel, das nicht nur dem Genuss dient, sondern die Gesundheit des Menschen aktiv unterstützt.